Hallo Liesen, heute gibt es eine neue Buchrezension und zwar zu Wohin du auch gehst von Laysa Raven. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch nicht als Buch gelesen, sondern mir als Hörbuch angehört, denn ich habe letztens entdeckt, dass es bei Spotify auch Hörbücher gibt. Hey! Und da habe ich mich mega gefreut. Also ich habe Spotify Premium und zahle für Spotify, ich glaube, 8,99 Euro im Monat und ja, habe da jetzt auch Hörbücher entdeckt und da fiel mir dieses Buch ins Auge, weil es eine Neuerscheinung war und weil ich es kannte, denn ich hatte mir von irgendwo, fragt mich nicht von wo, schon mal diese Leseprobe mitgenommen gehabt und die Leseprobe hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Die hatte ich mal in der S-Bahn durchgelesen und die hatte mich eigentlich in ihren Bann gezogen. Da dachte ich mir, hey cool, dann musst du das Buch jetzt nicht kaufen, weil ich hatte ehrlich gesagt überlegt, ob ich es mir kaufe und hörst es dir einfach bei Spotify an. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich es mir nicht gekauft habe, denn meine Meinung über dieses Buch ist nicht ganz so positiv. Ich lese euch mal ganz kurz die Beschreibung vor. Habe ich mir hier mal kurz abfotografiert. Und zwar Bad Romeo and Broken Juliet. Wirklich große Liebesgeschichten haben kein Happy End, sie enden nie. Das emotionalste Buchprojekt des Jahres, mitreißend sexy, verhängnisvoll. Lass ich mal so stehen. Der Traum vom unsterblichen Ruhm führt Cassandra Taylor und Ethan Holt zu einer der berühmtesten Schauspielakademie in der USA. Bereits während des Vorsprechens kommt es zu einem schicksalhaften Ereignis. Cassandra und Ethan spielen eine gemeinsame Szene so perfekt, als beseßen sie eine tiefe Verbindung und würden sich seit Jahren kennen. Zwischen ihnen herrscht eine Anziehungskraft, die weder einstudiert noch erklärbar ist. Für das Auswahlverfahren erweist sich dies als Glücksfall. Cassandra und Ethan werden als das bekannteste Liebespaar der Geschichte gecastet. Trotz der gegenseitigen Anziehungskraft klappt es privat zwischen den beiden überhaupt nicht. Dennoch sind sie auch in den kommenden Jahren die perfekte Besetzung für große Liebesgeschichten. Und mit jedem Vorhang, der fällt, werden Cassandra und Ethan tiefer in das Wunder der Liebe hineingezogen. Ja, Lisa oder Laysa Raven hat einen realistischen Liebesroman geschaffen. Ha, ha, ha. Nein, hat sie nicht. Der von den ganz großen Sehnsüchten handelt. Blablabla. So, also zum Buch. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich damit nicht ganz so konform gehe. So, wie gesagt, die Leseprobe fand ich sehr, sehr ansprechend. Es geht um Cassandra und Ethan, die sich nach etlichen Jahren wieder treffen. Also es ist auch wieder so ein Buch, was quasi in zwei Zeitsträngen spielt. Und genau, also sie treffen sich an einem Theater wieder, weil sie zusammen wieder für ein Theaterstück gecastet wurden. Und Cassandra ist nicht gerade begeistert, Ethan wiederzusehen. Denn sie waren ein Paar und er hat sie sehr, sehr, sehr verletzt. und wird jetzt wieder mit ihm konfrontiert. Ja, und danach kommt gleich wieder die Rückblende, wie sie sich kennengelernt haben. Nämlich auf dieser Schauspielakademie in Amerika. Und Ethan ist wieder, es ist eigentlich wieder so typisch, Shades of Grey und Twilight. Ethan ist wieder so dieser düstere, faszinierende Einzelgänger-Typ, der alles so ein bisschen von sich abweist und, ja, der sehr zurückgezogen ist und von seinem Vater unter Druck gesetzt wird, weil der sowieso sagt, aus ihm wird nichts und so weiter und so fort, wie das halt immer so ist. Und Cassandra ist so das unsichere Mäuschen, das sich immer anpasst und nie so ihre eigene Meinung sagt und, ja, immer dazugehören will und beliebt sein will und, ja, also auch so selber nicht so richtig an sich glaubt. Trotz hunderttausender Kandidaten wird Cassandra im Endeffekt dann doch genommen an dieser Schauspielakademie und Ethan auch, denn die beiden legen, also sie müssen verschiedene Aufgaben zusammen machen im Recall und sie legen eine ganz, ganz tolle Performance hin, weil sie so eine gegenseitige Verbindung spüren und so weiter und werden dann eben beide genommen. Ja, und so geht es halt immer hin und her, dass es wieder in die Vergangenheit geht, zu dieser Akademiegeschichte, wo die beiden zusammen auf der Akademie sind und sich gerade so kennenlernen und dann wird wieder vorgesprungen in die Gegenwart, wo die beiden an dem Theater zusammen spielen müssen und sich irgendwie wieder näher kommen, obwohl sie sich gegenseitig voneinander abstoßen und, ja, Cassandra war halt gleich damals, als sie Ethan das erste Mal gesehen hat, natürlich hin und weg von ihm und er auch so, hat sie irgendwie auch gleich in seinen Bann gezogen und beide sind aber wieder so typisch Teenies und kriegen nichts gebacken und es ist alles so kompliziert und, also, ich muss sagen, es war einfach wieder so ein bisschen lächerlich, das war für mich überhaupt absolut keine realistische Liebesgeschichte, denn ich kann diese Handlungen, die die beiden vollziehen, überhaupt nicht nachvollziehen, also es ist teilweise alles so albern und sie ist natürlich auch noch Jungfrau, also wie bei Shades of Grey, ne? Diese kleine, naive Jungfrau, die unbedingt Ethan will und die ganze Zeit noch rumjammert und irgendwelche Sachen in ihr Tagebuch schreibt, die teilweise so lächerlich sind, also gerade so beim Hörbuch, also ich glaube, wenn man so ein Hörbuch hört, kommt einem das Ganze einfach noch lächerlicher vor, wenn man das vorgelesen bekommt, weil dann die ganze Zeit sowas kommt wie, oh, und Ethan hat bestimmt den allerschönsten Penis auf der Welt und er ist so perfekt, sein Gesicht ist so perfekt und sein Penis wird auch so perfekt sein und lauter solche Sachen, wo ich mir in den Kopf greife und denke, alte, wie alt bist du? Du bist 18 oder 19, du verhältst dich wie eine Zwölfjährige und die ganze Zeit so, wenn so Annäherungsversuche kommen, weißt du, geht die ganze Zeit nur so, dass Ethan immer so stöhnt, oh, fuck, fuck, Cassie, fuck, fuck, also ich glaube, in diesem Buch kommt ungefähr 395 Mal fuck vor, weil Ethan immer sagt, oh, fuck, oh, fuck, oh, Cassie, oh, fuck und das ist einfach so lächerlich, ich saß teilweise da, da habe ich so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dachte mir, oh mein Gott, das ist so zum Fremdschämen, dieses Buch. Also ich habe jetzt hier mal so eine Stelle rausgesucht, was auch wieder so richtig, oh, ist, ich meine, ich bin überhaupt nicht brüde und verklemmt, aber ich finde, das ist einfach so Panne, weil, ich weiß nicht, die Cassie ist einfach so Panne, ich meine, die ist 19 Jahre alt und verhält sich wirklich wie so eine Zehnjährige. Ich muss euch das mal kurz vorspielen, weil ich kann es euch ja jetzt leider nicht vorlesen, weil ich das Buch nicht habe, sondern nur das Hörbuch und falls ihr was hört, das ist die Waschmaschine. Nicht wundern. So, also passt auf. Natürlich ist es auch wenig hilfreich, dass ich vor kurzem Online-Pornos entdeckt habe und inzwischen Gefallen daran finde. Am Anfang war ich schockiert und beschämt über die extremen Nahaufnahmen von weiblichen und männlichen Genitalien, die ineinander verkeilt sind. Aber die Scham ist schnell Faszination gewichen. Vor allem wegen der Penisse. Nicht die schlafen natürlich, die sind schrumpelig und irgendwie eklig. Aber die anderen? Wow! Ich wette, sie fühlen sich toll an. Sind Männer vielleicht deshalb so besessen von ihrem besten Stück? Ich war noch nie näher an einem Penis dran als neulich, als ich mich im Vollsuff auf Holt gesetzt habe. Und obwohl das auch schon ganz cool war, würde ich doch wirklich gern mal... Vielleicht lässt mich Holt ja seinen anfassen. Ich wette, er hat einen sehr schönen Penis. Ich wette, er ist genauso perfekt wie sein blödes Gesicht und seine wunderschönen Augen und sein muskulöser Körper. Ich wette, wenn er mit seinem Penis bei einem Wettbewerb mitmachte, würde er den ersten Preis gewinnen und könnte mit einer blauen Schleife um ihn herumlaufen. Also ich glaube, das reicht, um euch zu zeigen, was ich meine. Mit 19 Jahren so einen Schwachsinn zu reden, das geht einfach überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht in meinen Kopf. Also zeigt mir mal jemanden, der irgendwie so denkt und redet in diesem Alter. Also das ist total lächerlich. Und ich weiß nicht, ich sitze immer nur so da. Und neben Fuck ist dieses Wort, was auch immer kommt, Oh wow, oh wow, wow, wow. Also es sind so die beiden Wörter im Buch, die einfach nur richtig dumm sind. Wow und Fuck, weil es einfach so bescheuert ist. Vor allen Dingen, wenn man es eben als Hörbuch hört, weil es einfach nur richtig dumm klingt. Und wenn einem das eben vorgelesen wird, kommt es einem wirklich noch lächerlicher vor als ohnehin schon. Und es ist halt einfach wieder so eine typische sinnlose Liebesgeschichte, wo man einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum sich Charaktere so verhalten, wie sie sich verhalten, weil es einfach nur absolut lächerlich ist. Teilweise gab es auch mal ein paar Stellen, die ich ein bisschen lustig fand, wo wirklich so eine kleine Situationskomik dann irgendwie hervorkam, wenn Cassie irgendwas Bescheuertes gesagt hat oder so. Aber so im Endeffekt waren die Dialoge alle extrem flach. Ich finde die Charaktere auch alle ziemlich flach ausgearbeitet. Sie haben mich überhaupt nicht emotional berührt oder in ihren Bann gezogen. Es war überhaupt keine Liebesgeschichte, wo ich irgendwie Herzklopfen hatte oder irgendwie sowas. Es ist halt für mich alles sehr, sehr oberflächlich und sehr, sehr unregend. Und albern halt auch wirklich, richtig, richtig albern und teilweise wirklich so zum Fremdschämen. Es kann wirklich sein, dass es bei mir dadurch kommt, dass ich es mir als Hörbuch angehört habe und ich es selber gelesen habe. Vielleicht hat man eine andere Empfindung, wenn man eben die Worte selber liest, als wenn sie ihm von irgendeiner seltsamen Frauenstimme vorgelesen werden, die dann auch noch mit verstellter Stimme spricht, was ich auch immer ziemlich albern finde. Also, weißt du, wenn so eine Frauenstimme dann diesen Ethan Holt, diesen heißen Typen, der so unnahbar ist, weil es so mit so einer verstellten Stimme spricht, wie er dann nur sagt, oh, fuck, Cassie, oh, fuck, du machst mich so an. Weißt du, das kann man einfach überhaupt nicht ernst nehmen. Deswegen kann es auch gut sein, dass es am Hörbuch liegt. Denn bei Amazon habe ich geguckt, da hat das Buch vier Sterne und der Nachfolger, also es ist schon der zweite Teil draußen, der hat sogar viereinhalb, also fast fünf Sterne. Also den habe ich ja noch nicht gelesen, aber vier Sterne kann ich mir für dieses Buch nicht so recht erklären. Es sei denn, es liegt jetzt wirklich daran, dass ich das Hörbuch gehört habe. Aber ich muss auch sagen, die Geschichte, also unabhängig jetzt vom Vorlesen durch diese Hörbuch-Tante, die Geschichte, also an sich die Geschichte ist eigentlich interessant so, weil ich finde es irgendwie ganz cool, sowas so mit Theater und so, so einfach der Zusammenhang, finde ich irgendwie ganz spannend, weil so als Plot habe ich sowas noch nicht so oft gelesen. Deswegen fand ich das ganz cool, auch mit diesen zwei verschiedenen Zeitsträngen, also einmal Vergangenheit und einmal Zukunft und es ist halt auch so ein bisschen tagebuchmäßig aufgebaut, fand ich eigentlich auch ganz cool, aber eben die Charaktere und die Dialoge und die Handlung an sich fand ich eben sehr, sehr platt und irgendwie wusste man sowieso, worauf es hinausläuft. Und ja, ich muss auch sagen, so diese Rückblende-Charaktere fand ich ganz, ganz schlimm und ganz, ganz furchtbar, wie sie sich verhalten haben und sehr, sehr albern und dann aber, wenn die beiden, also Ethan und Cassie in der Gegenwart spielen, ist es ein bisschen besser, weil sie wirken dann natürlich auch erwachsener, aber so an und für sich kann ich da echt überhaupt nicht zustimmen, dass es irgendwie eine ganz tiefe und realistische Liebesgeschichte ist, sondern es ist halt wirklich eher so ein Teenie-Klatsch-Zeug, also wirklich so ein bisschen eine Mischung aus Twilight und Shades of Grey irgendwie. Und ja, mehr kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Es kostet übrigens 14,95 Euro als broschierte Ausgabe und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir den zweiten Teil noch antun will. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Also es ist übrigens erschienen auch im Fischer Verlag, habe ich auch vergessen zu sagen, also ich bin immer ein bisschen verpeilt, das tut mir leid. Ja, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann wäre ich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Und ja, ich muss sagen, ich kann das Buch nicht ganz so schlecht bewerten wie Beautiful Disaster damals. Das hat, glaube ich, von mir zwei Sterne bekommen, weil ich es so extrem beknackt fand, durch dieses so Täubchen, Täubchen. Aber dieses Buch ist auch schon relativ nah dran, wobei dieses Buch doch teilweise nochmal Spannungsmomente hatte und so. Deswegen bekommt es von mir, sagen wir mal, gnädigerweise drei von vier Erdbeeren. Aber richtig empfehlen kann ich es euch nicht. Aber wenn ihr Spotify habt, dann hört euch einfach mal das Hörbuch an. Kostet ja nichts bis auf euren Spotify-Account, aber ihr könnt Spotify auch kostenlos nutzen. Dann habt ihr zwischendurch immer mal Werbung drin. Aber dann braucht ihr euch das Buch nicht kaufen. Und ja, hört einfach mal rein. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung, ob ihr da genauso denkt wie ich. Aber ich finde es halt wirklich größtenteils absolut albern und unrealistisch und fremdschämenmäßig, ja. Und naja. So, das war es dazu. Ich hoffe, dieser kleine Ausschnitt konnte euch noch einen Eindruck vermitteln, was genau ich meine. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Und ja, das war es zu diesem Video. Und wir sehen uns im nächsten. Bis dann! Heute gibt es mal wieder eine Buchrezension. Und zwar zu folgendem Buch. Das ist von J.W. Iron Monger. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das zufällige Leben der Azalea Lewis. Das ist von J.W. Iron Monger. Das ist von J.W. Iron Monger.